Hallo Freunde, grüß Gott und herzlich willkommen zurück auf der Alpenhills Map vom Black Bad Modding. Wir schauen wieder mal rein. Es gibt mittlerweile mehr zu sehen als ich damals beim allerersten Video, das ich gepostet habe. Deswegen möchte ich heute so ein bisschen wieder mit dem Video diese Map schmackhaft machen. Die Region ist erfunden, frei erfunden, wird voraussichtlich Ende Jänner, Anfang Februar released für die neuen Konsolen und PC. Wird drei Hilfe geben, Freunde. Und wir checken uns jetzt hier mal so ein bisschen um. Dieses Restaurant mit dem Teich haben wir neulich schon gesehen. Ja, das stimmt. Wir gehen so ein bisschen wieder über die Karte. Eine erfundene Alpenmap. Ja, Alpenmaps gehen grundsätzlich immer. Wir haben jetzt auch schon einige Alpenmaps aktuell am Start. Definitiv, ja. Das ist so. Das ist auch nichts Schlechtes. Das ist das ganze Gegenteil. Persönlich, Alpenmaps gehen nicht immer. Und wir haben hier auch diverse Details verbaut. Und das Ganze ist trotzdem noch Work in Progress. Das heißt, daran wird noch gebaut, Freunde. Und das ist natürlich dann auch dementsprechend an diversesten Stellen noch zu sehen. Natürlich, das ist ganz logisch. Geht nicht anders. Unter anderem sieht man es hier am Wald. Also die Map-Übersicht, da sieht man es nur ganz gut. Hier gibt es auch Sounds, die verbaut sind. Und diverse Geschichten, die man definitiv nur verfeiern muss. Das ist so, ja. Das ist auch völlig logisch in dem Stadion. Wie gesagt, hier hat man noch definitiv ein gutes Monat auf jeden Fall noch zu tun, bevor man die Map rausgibt für die Öffentlichkeit quasi. Und dann wird es spannend. Ich persönlich tue eigentlich ganz selten Mods vorher testen. Nicht, weil ich das nicht mag und nicht möchte, sondern weil ich ganz gern die Maps sehe, wenn die fertig sind. Damit ich dann auch dementsprechend, hier ist der Fischsteich, damit ich dann auch dementsprechend wirklich auch das präsentieren kann, was dann quasi released worden ist. Alles andere ist immer ein bisschen schwer, weil dann weiß man nicht, ist das jetzt schon final, wird daran noch gebaut und so weiter. In dem Fall weiß ich natürlich, es wird noch dran gebaut. Also ich kann euch jetzt auch nicht sagen, welche Bereiche hier schon 100% fertig sind oder ob es hier Bereiche gibt oder generell, ob hier überhaupt schon irgendwas 100% fertig ist. Wird sich noch etwas verändern? Was wird sich noch verändern? Das können wir nur machen, indem wir dann spätestens, spätestens, wenn diese Karte released wird, spätestens dann können wir es uns nochmal anschauen, dann können wir sehen, was hier uns Black Pet kreiert hat, Freunde. Das ist nämlich das, um was es dann am Ende des Tages geht. Also sehr Alpenpanorama-mäßig hier rundherum, das sieht man ganz gut und sehr viele Hügel und Wiesen und Wälder und so weiter und so fort. Es ist trotzdem schwierig, weil ich, wie gesagt, nicht weiß, was ist jetzt schon fertig, was wird noch gemacht. Deswegen sehen wir uns spätestens, wenn diese Map veröffentlicht wird, in was für einer Version auch immer, spätestens dann sehen wir uns wieder und dann bin ich gespannt, was aus dieser Karte geworden ist, weil, wie gesagt, das ist das, was nach am Ende des Tages jeder spielen kann und das ist ja auch mitunter das Spannendste, meiner Meinung nach, was dann so zu entdecken gibt an Geheimnissen, an Orten, an Dekorationen auch natürlich. Dekorationen sind immer schön und immer wichtig. Mir zumindest persönlich, man sieht jeder anders, aber wie die Aufteilung ist, wie die Gebäude sind, natürlich wie dekoriert worden ist, ob viel, wenig, die Performance und so weiter und so fort. Also da gibt es dann wieder viele Dinge, die wir uns spätestens nach dem Release anschauen können, Freunde. Danke trotzdem für die Zwischendrin-Version an BlackBet und wir sehen uns dann wieder und dann schauen wir uns auch, ob in der fertigen Version natürlich, ah, hier. Aber das ist aber eigentlich, Freunde, jetzt nicht falsch verstehen, aber eigentlich auch spannend zu sehen, wie so eine fertige Geschichte, also so eine fertige Geschichte ausschauen kann. Finde ich eigentlich sogar ziemlich cool, muss ich sagen. Was ist das hier? Das sind die Dekorationen, von denen wir geredet haben, wa? Die kämen ja mit dem Moden gar nicht aus. Das ist aber kein Geheimnis und da wäre nie draußen ein Geheimnis gemacht. Sind das Objekte, die man dann noch da einbaut? Vermutlich, oder? Sehr spannend. Wirklich, das meine ich voll ernst, dass man mal so sieht, was es so alles gibt, aber ich meine, das wird ja nicht alles sein, oder? Aber mit sowas kann man schon super spannende Geschichten machen, meiner Meinung nach. Also je nachdem, natürlich muss es zum App passen, muss zu dem Gebäude passen und so weiter und so fort, aber das ist was, warum ich persönlich trotzdem manche, nicht alle, manche Standard-Paps von Giants ganz gut finde, weil die oft sehr stimmig sind und wirklich zusammenpassen, optisch zumindest. Ja, spielerisch jetzt mit den kleinen eckigen Feldern nicht, aber optisch finde ich schon persönlich, dass das durchaus zusammenpasst. Verschiedene Werkzeuge hier, jede Menge, sehr viele Werkzeuge. super cool. Also da bin ich wirklich verschiedenste Ausführungen von Schachbrettern, sehr geil. Tic-Tac-Toe, oh cool. Na, muss ich wirklich, also spannend. Kehrt da natürlich noch nicht her, aber trotzdem cool zu sehen, Freunde. Also, wir bleiben gespannt bei der Alpenhills und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ansonsten, Freunde, schaut in unser Hofleben-Projekt rein, das ist ziemlich cool. Und hinter mir steht der Wheel-Stand und das Lenkrad und ich habe einen neuen Joystick-Bestell, Freunde. Mehr dazu gibt es aber im Let's Play. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss, Sipu, Sipu, Baba. Ich habe fast den Kaffee jetzt ausgeschüttet und cool.